Die Fernuni Hagen. Für mich und eigentlich schon mein ganzes Leben lang eine echte Institution in Deutschland. Es ist die größte Universität, es ist die einzige ihrer Art, die damit auch Menschen Zugang zu Bildung ermöglicht, die nicht vor Ort sein können. Es ist eben die Fernuni Hagen. Und das macht sie sehr besonders und sehr einzigartig. Nochmal ganz neu habe ich die Fernuni kennengelernt über Ada, Ada Pellert, Direktorin. Natürlich, denn sie war Mitglied im Digitalrat der Bundesregierung. Wir haben vier Jahre miteinander sehr intensiv gearbeitet und ich habe ganz viel von Ada gelernt über lebenslanges Lernen, was das bedeutet, vernetztes Lernen, welche Rolle auch dabei das Bildungssystem in Summe spielen kann und muss. Und das lebenslanges Lernen wird immer bedeutender werden. Ich habe keinen Zweifel dran. Und die Fernuni kann meines Erachtens nach, leistet heute schon einen wichtigen Beitrag über Lehre, aber auch über Forschung. Und das kann, glaube ich, noch deutlich zunehmen. Denn gerade die Einzigartigkeit, eben Fernuniversität, aber doch auch mit Satelliten in den Bundesländern, ermöglicht vernetztes Lernen auf völlig neue Art und Weise. Und übrigens weit über die erste universitäre Bildung hinaus, nämlich auch durch Weiterbildung. Und genau das brauchen wir. Lebenslanges Lernen heißt ja, immer wieder sich mit neuen Inhalten beschäftigen. Und in einer schnelldrehenden Welt, wo Technologien und andere Dinge immer wieder neu uns herausfordern, um uns mit Themen zu beschäftigen, brauchen wir so etwas. Wir brauchen Zugang zu Bildung, zu lebenslanges Lernen. Und ich glaube, die Fernuniversität kann, soll, ja vielleicht muss eine zentrale Rolle dabei spielen.